Willkommen in Piestiani. Im Jahre 1894 beauftragte Ludovid Winter, der Bauer der Bäder von Piestiani, Arduhejar, dass er in einer Figur die Genesung versimmeltliche. Der Maler legte ihm die Skizze eines Krückenzerbrechers vor. Dieser, seine Krücken auf dem Knie zerbrechende Mann, wurde zum Symbol von Piestiani, ein Symbol, das die Besucher aus allen Teilen der Welt gut kennen. So wie der die Krücken zerbrechende Mann zum Symbol von Piestiani wurde, sind Piestiani zum Symbol der Gesundheit und Erholung, der Genesung und der Kultur geworden. Neben der Heilung bieten Piestiani eine Vielfalt der Freizeitgestaltung, des Ausruhens, der Entspannung und der Genesung sowie sportliche und kulturelle Erlebnisse an. Beinahe täglich findet man in einer der kulturellen Einrichtungen ein Konzert, eine musikalische bzw. filmische Darbietung, während des Sommers auch in den Musikpavillons. Die Spaziergänge in den Parks, die einen großen Teil des städtischen Grün bilden, bieten eine angenehme Entspannung. Und wenn sie ihre Schritte durch die neu gestaltete Fußgängerzone führen, treffen sie auf etliche Galerien. Sollten sie gerne Sport treiben, so sind Piestiani eine der wenigen Städte, wo sich fast alle Sportarten ausüben lassen. Von Athletik über Schwimmen, Wasserski und Skifahren, Schlickschuhlaufen und Hockey, Ballspiele, Tennis, Squash bis zum Reiten bzw. Golfen. Welches Attribut könnte also unsere Stadt am markantesten charakterisieren? In Betracht kommen mehrere Möglichkeiten. Stadt der Gesundheit, Stadt des Wohlbefindens, Stadt des Urlaubs, Stadt der Kultur, Stadt des Sportes, Stadt der Kongresse, Stadt der Festivale. Art to Hair gelang es, die Genesung in einer Figur zu versinnbildlichen. Die zerbrochenen Krücken können mehrere Bedeutungen haben. Sie sind nicht nur das Symbol der Genesung, sondern auch Symbol der Beseitigung von Beschwerden, der Befreiung der körperlichen und seelischen Gesundheit, welche Piestiani bieten. Alles im Sinne der Inschrift auf der Kolonnadenbrücke, Surge et Ambula, steh auf und geh! Seien Sie willkommen in unserer Stadt. Seien Sie willkommen in Piestiani. Machen Sie sich auf und wandern Sie durch die Gässchen, die Parks. Beachten Sie die Natur, die Geschichte. Atmen Sie die kulturelle Atmosphäre. Durchleben Sie die sportliche Spannung. Kurz, fühlen Sie sich hier wohl. Bis zum nächsten Mal.